Hallo! Hallo! Will man die beiden Männer abholen? Oh, ich fand's eigentlich cool. Und... Ich hoffe, mein Vater auch. Also, natürlich musste er sich manchmal gegen seine Frauen durchsetzen. Vier an der Zahl. Prost. Es tut mir leid. Ansteckend. Es ist einfach nur ansteckend, so krank zu sein! Ansteckend? Wie meine Schwester Angela. Aber so haben meine Eltern sie gezüchtet. vieles Glück. Ich hätte jetzt vieles zu erleicht, bekommt се. Ein lizuck کی asta. Gerade kann man alles zu Copenhagen ist die ganze Zeit! So dann würde ich gerade ganz glücklich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020